Hallo zusammen, wir begrüßen Sie zu unserem neuen Video. Frau Deota Magdalena besuchte das tagliche Feldhockeystadion in Lahore. Sie ist Leiterin der Presse- und Kulturabteilung der Deutschen Botschaft in Islamabad. Sie trefft sich mit Generalsekretär Asif Bajwa und Cheftrainer Khaja Junaid und diskutierte die Vorbereitungen für das Kommende-Deutsch-Pakistanische Freundschaftsspiel. Das Freundschaftsspiel findet am Freitag, den 5. November, statt. Und Botschafter Benhard Stephenschlaghek wird der Hauptgeschein. Dankeschön.